Ladies and Gentlemen, Demon Souls, aber jetzt habe ich genug, jetzt habe ich fertig, jetzt habe fertig, jetzt habe ich genug, jetzt ist fertig, jetzt drehe ich durch nämlich, jetzt werde ich alles benutzen, alles was in meiner Macht steht und werde alle beschneiden hier, und zwar vom Nase, vom Nase kommt, guck mal, 5 Meter Nase hat er, ja Leute, also in diesem Paar, wie, wie zeigen den Boss, wer der Babo ist, habe genug gesehen, wirklich, ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, Zauberer ist nicht gut, ich zauber jetzt wie der Zauberer von Oz, oder Oz, wie der Name heißt, wie der Glöckner von Notre Dame, so werde ich zaubern, jetzt habe ich, oh, was ist das, guck mal, wie ich habe, guck mal, bekomme ich, oh mein Gott, ich komme zu dir, Julia, die Hexe, ich will die kennenlernen, sie sieht geil aus, ich brauche mein Leben, okay, weißt du was, scheiß drauf, wo, wo Vitamin, da, Körper wird das Seelengestall, wieder belebt. Gib ihm. Nimm, nimm. Hoch. 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 Gut. Let's do it. Jetzt bin ich neu geboren. Heute ist mein Geburtstag. Was ist das für ein Geräusch? Bin ich das? Ja, jetzt bin ich 100%. Jetzt schaffen wir das. So viel Leben hat niemand. So viel Horror habe ich noch nie gesehen. So, Baby. Doch, ich weine. Ich muss. Ich muss weinen, damit ich sehe, dass ich noch lebe. Oh mein Gott, was ist das? Wo, wo? Wieso, wieso fokussiert er hinten? Wenn ich vorn fokussiert habe. Reicht. So, schön. Gott sei Dank. Ja, jetzt läuft's gut, ne? Alles läuft gut. Die Kamera. Die Kamera will mich fressen. Geh. So. Aha. Jetzt bekommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Gegner mehr looten. Diese Lutsch. Diese Lutsch. 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 So. Komm, komm. Jetzt werde ich Mana benutzen. Oh, und wie ich benutze. Noch nie hat man so viel Mana benutzen. In einem Spiel. Nein. Er ist gerutscht. Er ist gerutscht. So. Wechsel gibt's auch nicht mehr. Anscheinend. Hab ich ausgemacht. Stimmt. Meine Zeit ist gekommen. Jetzt oder nie. Wenn ich jetzt nicht schaffe, dann nie wieder schaffe ich. So. Wieso braucht das eine Stunde, bis das aufhängt? Das ist auch ein anderes Thema. Wieso? Würde ich die, die, ich will's jetzt nicht sagen, aber diese komische, Zaubererrüstung anziehen, würde es nicht schneller gehen. Nee, bestimmt. Okay. So. Stirb. Guck's auf. Äh. Gut, gut. Oha. Gut, oder? Ja, so. So muss das sein. Och. Stirb langsam. Ich muss einfach jetzt diesen Boss bekämpfen, diesen Blutsauger. Wird sich ein bisschen komischer, oder? Bloody Mary. So. Wo, wo, wo fällt der? Hä? Wo ist der? Wo sind die zwei? Die springen doch immer runter. Ach, guck mal, was ist das? Komm ich da hoch, oh? Nein, fall nicht runter. Hä? Da leuchtet doch was. Boah. Egal. Stress mich jetzt. Dass das leuchtet. Wieso leuchtet das? Egal. Ich kenne mich. Scheiß. Scheiß. Guck mal, wie wenig Schaden ich mache. Eie. Andere Rüstung? Was für eine andere Rüstung? Okay, Manfred, bis gleich. Ja, was für eine andere Rüstung? Habe ich nicht. Das ist ja das Problem. In diesem Spiel gibt es keine andere Rüstung. Jahre vergeht. Jahre. Bis man... Komm, fühl, fühl. Oh, Mann. So. Halleluja. Ja, tut mir leid, Ladies and the Journal, Mann. Ich bin ein bisschen genervt. Aber, äh. Nicht lange. Die machen so viel Schaden. Das ist aber nicht normal. So. Gut. Aha. Terpentin. Terpentin. Schon wieder Terpentin bekommen. So, jetzt. Boss. Boss-Time gleich. Boss-Time. Wenn ich das überlebe. Ja. Ich muss mal diesen Weg überleben. So erst. Das Geile ist, diese Ratten. Ja. Ich stehe auf sie. Sie müssen dich einmal berühren. Und dann bist du schon verseucht. Ja. Das ist Hammer. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man weiß nie wie viel Schaden. Sicher ist sicher. So. Komm, John. Komm. Also wirklich. Meine Waffe ist scheiße irgendwie. Und für die andere Waffen müsste ich farben. Und haben diese Stein. Keine Ahnung. Aber Bastard-Shot ist eigentlich schon gut. Wie die Kinder heißen. Achmed und Mehmed. So. Nicht anfassen bitte. Oh, doch. Soll ich? Aber wenn ich die töte. Bekomme ich immer diese Dings. Ach komm. Ich töte die. Ich bekomme immer diese Steine. Ich glaube die sind wertvoll. Schade, dass kein Mensch dieses Spiel kennt. Gerade. Im Chat. Und uns auch nicht hilft. Muss ich selber daran glauben. Guck mal. Sicher im Mond. Gras. Guck. Wie wenig. Wann gehst du los? Wohin? Wohin wann geh ich? Aha. Meinst du zum GameStop? Ich dachte um zwei. Ich wollte sechs Parts aufnehmen. Wie viel habe ich aufgenommen? Zwei. Das ist der zweite. So um zwei. So 30 Minuten. Ist das gut? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Ratten. Die Ratten. Leute es ist so beschissen. Die Ratten. Die müssen dich einmal treffen. Bist du verseucht. Das ist so behindert. Und das Gegenmittel kostet 2000 Seelen. Und diese normalen Gegner heben uns 20 Seelen. Was ist das denn? Wirklich? Das ist nicht schwer. Das ist mehr so nervig. Schwer ist was anderes. Keine Steinscherben. Guck mal wie die leben. Ratten. So. Noch einer. So. Ich habe 1200. Wisst ihr was? Wir kaufen ein paar Sachen. Ich werde sowieso sterben. Please. Ich habe keinen Ofen. Lass du dich kaufen. Ja. Scheiße. Ich würde das gerne nehmen. Oder? Okay. So. Aha. Was ist das? Ähm. Muss ich da landen? Nein. Oder? Oder was hier? Doch. Es war hier glaube ich. Nicht hier. Scheiße. Ich weiß es gar nicht mehr. Oh nein. Nein. Ne. Hier war es nicht. Oder? Nein Mann. Von da bin ich doch nicht gekommen. Ja Leute. Ja Leute. Jetzt ist es blöd. Ne. Das ich jetzt. Das ich jetzt gerade nicht weiß. Ob ich. Ob ich da lang muss. Oder andere Seite. Scheiße. Okay. Okay. Guten Appetit. Hallo. Wreckel. Hallo. Freut mich. Hallo. Hallo. Leute. Ich bin genervt. Bisschen. Tut mir leid. Ich glaube nicht da lang. Nein. Ich glaube es ist nicht hier. Umgekehrt. Ich hätte andere Seite nehmen sollen. Oh Mann. Wieso tötte ich die immer? Ich bekomme immer so diese Steine. Aha. Na toll. Jetzt kann ich den Riesen bearbeiten. Freue ich mich. Er sich sicher auch. Er sich sicher auch. Oh. Passt das. Okay. Scheiße. Guck mal. Drei Meter groß. Nie schaff ich. Ist hier jemand hinter mir? Oh mein Gott. Diese Ohren. Katzenohren. So. Ah. Oh nein. Ich dachte er bewegt sich. Oho. Er rennt. Oh nein. Oh jee. Oho. 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 Er rennt ja. Oho. Scheiße. 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 Geh zurück. Geh zurück. Geh zurück. Oho. Kein Problem. Ehrlich. Oho. Kein Problem. Das nächste Mal, falls wir jetzt sterben, werde ich das nicht aufnehmen, ich werde einfach das aufnehmen, wenn wir direkt beim Boss sind, weil es dauert einfach zu lange, diese Strecke dauert ein paar, das ist scheiße, und wenn der Boss nicht besteht, ciao Louis, dann kann es nochmal machen, oh mein Gott, was ist das? Horror, wirklich Horror, also, oh ja, die Kastanie muss ich nochmal bearbeiten, oder was? Kann ich nicht durchgehen? Oh, jetzt nochmal? So, ciao Louis. Schnell, Königs Lothar, schnell, 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 keine Ahnung, für was das gut ist, diese Steine, oh mein Gott, guck mal. So, Ladies and Gentlemen, ich glaube, Boss Time, ne? Ich glaube, gleich hier nämlich, oh nein, oh, noch ein großer Gegner, scheiße. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Schaden er macht, bestimmt ein, ein Treffer und gut. Oh mein Gott. Meine Rüstung ist sowas von... Ich mache echtes Leder. Oha. Oh mein Gott. Oha. Was ist los? So gut. Horror. Fokussier dich doch, Scharmutta. Oha, ich lebe noch. Steh auf, Rocky. Steh auf. Ach, ich muss sagen, dieses Fokussieren ist so schlecht in diesem Spiel, das macht das Spiel, das mich nicht einfacher. So, jetzt stirbt. Oh nein. Schnell. Er trifft nicht. Das ist sick, der. Oha. Oh fuck. Nimm, 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 nimm. Hallo, Naturo. Hallo, willkommen. Hallo, hallo. Stiff. Oh mein Gott. Oha. Endlich. jetzt bitte bitte wir müssen jetzt den boss bestehen ich glaube nicht dass jetzt noch jemand kommt der uns ärgern kann ja in diesem part vielleicht den boss bestehen das wäre zu schön ist das zu viel verlangt ja heute vergisst nicht zu liken zu disliken auf youtube würde mich freuen falls euch die videos gefallen so boss time oh mein gott ok let's do it 18 minuten so keine ahnung ich hoffe also wenn wir das jetzt nicht schaffen rastig aus dumme scheiß hat es runtergerutscht ich lebe noch und jetzt wie schlage ich ihn darunter bitte bitte ich will es verstehen oh mein gott pass auf das ist einfach als ich gedacht habe rechtlich ist steh auf roki wenn ich jetzt sterbe lasse ich aus was das oh ich bin vergiftet oder so keine ahnung ich glaube ok ok warte mund voll mund heute ist voll mund also wo problem wo wo es kommt wo es geht es auf das ist ein weisen beides scheiße aber ich habe auch so getroffen hat gesessen aber er heilt sich ja Nein Scheiß Kondition Ich mach alles auf Kondition das nächste Mal Oh mein Gott Es kann nur reingeben Endlich Naturo Danke für den Host Dankeschön Danke danke Oh Gott ich komme zu dir Wir haben ein Trophäe des Blutsaugers Gut Leute wir haben es geschafft Halleluja Oh mein Gott ich weine gleich So Hier machen wir einen Cut Ich hoffe das Video hat euch gefallen Bis zum nächsten Mal